So, schönen guten Abend und willkommen zurück bei der 12. Folge Contrast. Wir stecken hier immer noch mit diesem doofen Kistenpuzzle fest. Aber, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe mich gerade echt ein bisschen hingesetzt, ein bisschen offscreen, überlegt, wie wir das hinkriegen könnten und sogar eine Idee gehabt. Weil, wenn ich recht habe, müsste sich dieser Schatten als ein Ganzes bewegen. Jawohl, ich habe recht. Seht ihr das? Jetzt müssen wir die Kiste da irgendwie hochbekommen. So, haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft, Leute! Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie glücklich mich das macht. Ich dachte nämlich schon, dass es ein Rätsel wird, an dem ich verzweifelt werde. Oh, jetzt müssen wir aber... Nein, nein! Andersrum. Wir müssen jetzt nämlich... Oh, geh hoch! Die Kiste da kurz aus den Schatten rausholen. Ja, geh in die Schatten. Oh nee, haben wir es jetzt ein bisschen... Nee, wir haben es geschafft. Alle Schatten verlassen. Super. Das macht mich gerade sehr, sehr glücklich. Echt, das ist gerade richtig, richtig toll. Jetzt müssen wir nämlich das hier wieder umlenken auf dieses Ding da, damit wir den oberen Scheinwerferarm bekommen. Und das haben wir ja schon letztes Mal bemerkt, wie wir das machen müssen. Da waren wir schlau für einmal. Äh, vielleicht nicht ganz so schlau. Versuchen wir es nochmal. Es muss ein bisschen weiter hier rüber. Ja, so. Damit wir da mit der Kiste überhaupt hochkommen. Sonst wird das nämlich nichts. Und ich hab so das Gefühl, besonders weil wir jetzt in der letzten Zeit so unfassbar viele Sammelobjekte gefunden haben, dass wir uns tatsächlich dem Ende nähern. Leider. Oh nein. Oh, und wir nähern uns auch wieder einem Absturz. Aber wir fangen ja ganz in der Nähe wieder an. Das ist schön. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass ich... Ich glaube, wir kommen dem Ende wirklich langsam sehr nahe. Weil... Ich weiß nicht. Es wird langsam alles so... Revealed quasi. Fällt das deutsche Wort nicht ein. Ah. Offenbart. Genau. Das habe ich gesucht. Und... Ach was, wir haben es schon geschafft. Ja! Oh mein Gott. Leute. Wir sind schlau. Wir sind wirklich schlau. Und jetzt müssen wir das Ding da wieder ankriegen, ne? Dann gehen wir da wieder runter. Was war das? Äh. Und scheinen mal da drauf. Genau. Äh, wie gesagt, Ende und so. Was schade ist, aber auch cool. Ähm. Das Spiel macht wirklich, wirklich Spaß. Spaß. Dieses Wort habe ich gesucht. Ähm. Ja, aber ich freue mich dann auch. Dann kann ich... ... mit einem neuen Punkt. Ich habe sie nicht verstanden. Was hat sie gesagt? Nein! Komm. Hopp. Nein! Okay. Hopp. So. Geht doch. Äh. Und jetzt bin wir hier links? Oder auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht genau. Ach, das fand ich da schon so eine traurige Szene, ne? Ach, Mann. Ich will ja nicht... Ich will nicht, dass dir irgendwas passiert. Aber ich habe so das Gefühl, dass es genau darauf hinausläuft. Und das macht mich traurig. Weil ich das wirklich nicht möchte. Die ließ so ein liebes kleines Ding. Ähm. Wie soll ich das schaffen? Okay, warte. Ich glaube, ich sehe. Ja. Heavy werden langsam echt gut mit diesem Zeug, ne? Wenn ich die richtige Maustaste drücke, dann sind wir nicht schlecht. So. Du denkst, du wirst deinen Weg zurück in unsere Leben und viel süßes Gespräch kommen. Das ist der Vergangenheit, der sich nicht verändert. Diese ganze... Aber cool, super, cool. Es kann sein. Ich erinnere dich, Johnny. Deine Lippe sind jetzt. Dass sich hier alles wieder so ein bisschen wiederholt, ne? Weil es sind ja alles Szenen, die wir schon... schon kennen eigentlich. Die wir alle schon mal erliebt haben. Und so ein bisschen die traurigsten Szenen. Wir kommen immer, immer höher diesen Leuchtturm rauf. Immer höher. Jetzt nicht mehr. Ach, jetzt. Oh, da dachte ich gerade, sie rutscht ab. Da dachte ich... So traurig. Hey, was ist mit dieser Welt hier falsch? Ich frage mich... Ich will in der Auflösung wissen, wie viel davon war jetzt real? Und was war irgendwie Didis Fantasie und sonst was? Naja, vielleicht finden wir das ja raus. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt gehen wir zur Bühne. Hier, ach ja, Vincenzo wollt ihr auftreten. Und jetzt, meine Damen und Herren, die Amazing Vincenzos, Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen, a physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What are dreams in our world may be reality in those to citizens of these other worlds? We are shadows. I think I forgot this. This appears to you to be an ordinary box. But it is actually what we call a Tesseract or an Octocoron. Suppose I open it not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. I can take out surprising things. Things that are familiar and yet strange. Was ist das ein Mensch? Hat er aus einer Kiste einen Menschen gemacht? Ich weiß ja nicht, ob das richtig ist. 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 Aber in diesem Welt der Schäden, was ist das so familiar, vielleicht gefährlich. ich weiß ja nicht, ob das richtig ist. War keine Ziehharmonite. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing you if you only understand it. Also so schön fand ich das Ding jetzt nicht, auch wenn es fliegt. Ich weiß ja nicht, viel hat er nicht gezeigt. Oder finde das nur ich? Ich weiß nicht. Ich habe schon coolere Zirkusvorstellungen gesehen, muss ich sagen. Aber wir gucken mal. Wir gucken. Oh nein. Ich weiß nicht, ganz, ganz, ganz. Ich weiß nicht, ganz, 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 ganz. Ich weiß nicht, ganz, 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 ganz. Ich weiß nicht, ganz, 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 ganz. Uff, ich hatte... Oh, ich hab Gänsehaut. Oh, ich hab grad echt Gänsehaut. Was? Nein! Okay, ich mein, ich hab gedacht, dass es bald zu Ende ist, aber so bald? Oh mein Gott! Oh nein! Also doch, cool, aber... Hä? Gänsehaut uns drauf angesetzt, auf Didi aufzupassen? Ich, ich versteh's nicht. Ach man! Aber ja! Wow! Gucken wir mal. Also, wir schauen uns jetzt die End... Wie heißt das? Ich hab heute Sprachprobleme, ne? Ja! Äh, die, die, die Credits, natürlich, die Credits, gucken wir uns an. Ja, ich... Ziemlich viele Leute bei, ne? Ist aber auch cool, also... Das hat richtig Spaß gemacht. Und das Ende war wirklich, wirklich schön. Ich hab nicht damit gerechnet, dass wir ein Happy End kriegen. Ich dachte... Also, ich kann's jetzt vielleicht sagen, meine Vermutung war, dass sich Johnny irgendwie... keine Ahnung was antut, oder... Keine Ahnung. Ach, da ist auch die nette Dame, die also singt. Laura Ellis. Das... Das ist schön. Ja... Die Sprecher alle, ne? Die haben's auch schön gut gemacht. Ich finde vor allem... Johnnys Sprecher hat das richtig, richtig gut gemacht. Die, die teilweise... Ja... Nein... Irgendwie... Ja... Und da auch Studio Umlaut, die so nett waren und das Ganze ins Deutsche übersetzt haben für uns. Und... Danke dafür. Dankeschön. Ja... So ein bisschen... Ach, da waren echte Illusionisten bei. Wie jetzt... Feuerspucker? Hä? Hä? Ah, oder haben die... Schlangenmenschen? Also entweder sind das sehr witzige Übernahmen, oder... Ich weiß nicht. Die haben nie Schlangenmenschen oder Feuerspucker gesehen, ne? Nie. Okay. Zwei mal dasselbe Lied... Ja... Nein. Ach, Beleuchtung. Das finde ich ein bisschen... Das ist schön. Sauberer. Orchester. Ey, das hört ja nicht auf, ne? Eintrittskartenverkauf. Ne, da sind definitiv irgendwelche Übernahmen für andere Teile der Firma. Aber... So, haben wir's? Ja, da. Unreal Engine. Super. Kommt noch was? Vielleicht? Nein. Da sind wir wieder im Ladebildschirm. Und... Da würde ich sagen, ich hoffe ihr hört mich über die Musik. Das war's tatsächlich mit Contrast. Wir haben das Spiel durch. Wir haben's geschafft. Alle Puzzle. Wir haben eine Familie wieder zusammengeführt. Wir haben einen Zirkus repariert. Und jetzt wird es Zeit für neue Projekte. Ich bin sehr, sehr offen für Vorschläge von eurer Seite aus. Werde aber auch selber mal ein bisschen Steam durchforschen. Mal gucken, was ich finde, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. In einem neuen Projekt. Bis dahin, wie immer. Passt auf euch auf. Bleibt cool. Und... Ciao zusammen.